Was das geht? Na klar. Einen Robert. Ah, Robert. Hallo nochmal, Alan. Verzeihung, sprechen Sie mit mir? Mein Name ist nämlich Robert. Ähm, ja, ziemlich sicher, ja. Also dein Name ist nicht mehr, Alan. Ah, verflucht. Was? Sie sind nicht der Erste, der mir das erzählt. Scheinbar ist da ein Kerl namens Alan, der genau wie ich aussieht. Und ich sag Ihnen, der versaut mir richtig das Leben. Was meinst du damit? Naja, wissen Sie, ich glaube, der Dreckskerl sieht genauso aus wie ich. Trägt dieselbe Kleidung. Die Leute verwechseln mich mit ihm. Sie geben mir die Schuld für das, was er anstellt. Und jetzt riecht mein Keller wie Scheiße und ich weiß nicht mal warum. Hm. Faszinierend. Das muss wohl Alan gewesen sein. Schön, dich kennenzulernen, Robert. Könnte ich vor dir zum Doc? Machen Sie Witze. Sie wollen, dass ich meinen Platz in der Reihe einfach so aufgebe? Als wenn der Ärger mit diesem Alan nicht genug wäre. Tut mir leid, mein Freund. Keine Chance. Also, dieser Alan ruiniert dein Leben, ja? Ganz genau. Ich kann gar nicht mehr vor die Tür. Alle starren mich an und beleidigen mich. Ich glaub, das liegt an deinen Klamotten. Hey, ganz vorsichtig, Freundchen. Und da ist noch was. Gestern habe ich eine beeindruckend große tote Schildkröte auf meinem Nachttisch gefunden, genau da, wo vorher mein Globus stand. Ach was. Ich glaube, Alan wollte mir damit irgendeine Art Botschaft vermitteln. Okay. Ciao, Robert. Ja, wie auch immer. Tschüss. Nein, nein. Sekunde mal. Äh. Ja, was denn? Es ist nur... Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Ich habe das Gefühl, Sie kennen diesen Alan. Wünscht es wäre nicht so, aber ja. Und? Ich brauche Sie, um diesem Kerl eine Falle zu stellen. Im Ernst? Scheiße, ja! Dieser Bastard macht mir das Leben zur Hölle. Und das werde ich nicht länger hinnehmen. Wussten Sie, dass er meinen Kanarienvogel entführt hat? Woher zum Geier soll ich das wissen? Und überhaupt, woher weißt du das? Hat er dir einen Erpresserbrief dargelassen, oder was? Nein, aber ich weiß, dass das Arschloch bei mir einbricht, wenn ich nicht da bin. Einmal habe ich meine Post auf dem Tisch gefunden und irgendwer hat meine Strom- und Wasserrechnung mit Checks bezahlt. Unterschrieben von, raten Sie mal, genau von diesem Alan. Großer Gott! Du willst mir also sagen, dass dieser Wichser deine Rechnung bezahlt? Wir müssen das Monster aufhalten! Glauben Sie, das ist so eine Art Scherz? Er hat Columbus heute Morgen entführt. Ich hoffe, das ist der Kanarienvogel, weil wenn du dein Kind Columbus genannt hast, ist dieses Gespräch beendet. Natürlich geht es um meinen Vogel, das sagte ich doch. Er ist wirklich alt und er sinkt kaum noch. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, also was die Falle angeht, hast du einen Plan? Naja, ich habe ihn noch nicht ausgearbeitet, aber ich lasse mir was einfallen. Immerhin bin ich schlauer als er. Sicher bist du das. Bleiben Sie in der Nähe, okay? Klar, mache ich. Okay, ist das zufällig ein Poster von Starbound? Sieht so ein bisschen danach aus, sieht ein bisschen nach Starbound aus. Ähm, die Gabe wieder rausziehen. Alan! Ah, da ist er wieder, der Alan. Da, Alan. Äh, Alan? Ja? Oh, Mensch. Das ist echt, echt so blöd, um wahr zu sein. Ähm. Wusstest du, dass da draußen jemand ist, der dich echt nicht leiden kann? Und jetzt kommt der Part, wo du mir sagst, dass dieser jemand du bist, oder? Das war eigentlich nicht der Plan, aber jetzt, wo du es erwähnst, ja, ich mach dich nicht besonders. Dachte ich mir. Naja, du musst verstehen. Sieh du nur mal deine Klamotten an. Ist ja gut. Mir doch egal, ob du mich magst. Alan! Mensch, Alan, oder so nicht immer, Robert. Ach, ich kann das einfach nicht. Robert ist hinter dir her. Überlauf. Wer? Der Besitzer des Vogels, den du entführt hast. Hey. Wenn das ein Witz ist, war der nicht sehr lustig. Alter, das ist kein Witz. Dein anderes Ich heißt Robert und der hat dich satt. Versteh doch. Du hast einen Kanarienvogel entführt. Und was die Sache noch schlimmer macht, der heißt Columbus. Mein anderes Ich heißt Robert? Das erklärt einiges. Wie zum Beispiel das Tattoo auf meinem... Naja, mein Tattoo. Aber ich habe keinen Vogel entführt. Alan! Im Gegenteil. Ich reinige diese Welt. Also, weißt du, die Welt reinigen klingt sehr zweifelhaft. Pass auf! Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich bemerkt, dass wie immer jemand bei mir eingebrochen ist und alles total vergünstet hat. Und dann sah ich den... Den... Wen? Den verdammten Echsen Illuminaten. Ein verdammter Echsen Illuminaten. Ich musste ihn färbeln. Oh Gott. Jetzt hoffe ich wirklich, dass es um den Vogel geht. Vogel? So sehr sie auch versuchen, ihre DNA zu verändern, damit sie wie normale Vögel aussehen, mich legen sie nicht rein. Selbst wenn sie in Käfigen stecken. Alan! Nein! Mich legen sie nicht rein. Verstehe. Weißt du es etwa nicht? Sie beobachten uns. Die Kanarien füllen. Alle Vögel verbreiten sich über die ganze Stadt wie ein Virus. Und in Wahrheit sind sie getarmte Aliens, die den Planeten übernehmen wollen. Hey, du sagtest doch, wir leben gar nicht mehr auf einem Planeten. Tut mir leid. Ich habe gerade einfach zu viel im Kopf. Alan! Was ich meinte ist, dass diese Aliens versuchen, unsere Sternenschildkröte zu übernehmen. Okay. Nur fürs Protokoll. Hast du Columbus umgelegt? Wen? Den Vogel. Ich musste es tun. Er hat mich seltsam angesehen. Und ich habe es dir doch erklärt. Er ist kein Kanarienvogel gewesen. Okay. Und was hast du mit der Leiche gemacht? Weggeworfen. War doch nur ein blöder Vogel. Aber du sagtest doch gerade, er war kein... Ach, scheiß drauf. Rede weiter. Naja, das war es eigentlich. Alan! Hab ihn einfach weggeworfen. Diese Bastarde verdienen kein anständiges Begräbnis. Ja, natürlich nicht. Ja, in diesem Sinne... Na ja, erzähl mir doch mal mehr von diesen Illuminati. Ja? Tja, das ist ein etwas düsteres Thema. Wirklich? Sehr ironisch. Ironisch? Ja, verstehst schon. Die Illuminati, düsteres Thema. Muss ich es wirklich erklären. Alan! Wie lange beobachten uns die Vögel eigentlich schon? Das sind keine Vögel. Das sind extraterrestrische Wesen, die die Form harmloser Tiere angenommen haben, damit wir sie nicht verdächtigen. Sie sehen alles. Und das schon seit Urzeiten. Und diktieren uns, wie wir leben sollen. Ich weiß. Du glaubst mir nicht. Ich glaube nur an das fliegende Spaghetti-Monster. Wir reden später weiter. Alan! Und jetzt nochmal die Gabel anfassen. Das muss langsam ein bisschen wehtun. Aha. Das liegt also an Hintergrundmusik. Jemanden, der so rumläuft, fass ich nicht an. Hast du auch wieder recht. Ähm. Robert? Ja? Oh Gott sei Dank. Für einen Moment dachte ich, du sagst sowas wie mein Name ist Justin oder sowas. Wovon zur Hölle reden Sie? Das ist schon gut. Hat aber nur zwei Identitäten. Ich weiß vielleicht mehr über deinen Vogel. Columbus? Das Gespräch war nicht fertig. Ist das denn noch mehr Kanaisvögel mit komischen Namen? Nein, verdammt das mal nicht. Na ja, ich glaube, ich weiß, was mit deinem guten alten Columbus passiert ist. Ist ernst, also sag ich's gleich, wie's ist. Er wurde ermordet. Ermordet? Ah, wie? Hm, na ja, wie soll ich sagen? Das ist alles etwas verworren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Psst. Fangen Sie ganz von vorne an. Wie haben Sie herausgefunden, dass Columbus ermordet wurde? Ja, die Hörgel ist. Erstmal war es nicht irgendjemand. Es war Alan. Motherfucker. Alan. Wieder dieser Alan. Das war's. Wenn der Wichser Krieg will, soll er ihn haben. So, so gern ich da auch zusehen würde, wir, wir sollten nichts übereilen. Äh. Ist ja nie in den Sinn gekommen, dass Alan vielleicht ein Teil von dir ist? Was? So wie ein siamesischer Zwilling oder so? Ähm. Nicht wirklich. Weißt du, was Persönlichkeitsstörung bedeutet? Natürlich. Deswegen bin ich doch eigentlich hier. Was? Natürlich. Die Leute sagen, ich hätte eine Persönlichkeitsstörung. Und du meinst nicht, das würde alles erklären? Ähm. Eigentlich nicht. Was genau meinen Sie? Ich meine Alan verfickt nochmal. Siehst du nicht, dass alles Schlechte, das dir passiert, mit Alan zusammenhängt? Kapierst du nicht, dass das der Grund ist, wieso du ihn nie erwischst, wenn er einbricht? Und warum er so wie du aussieht und sich genauso anzieht? Fuck, Robert! Du bist Alan, mal ehrlich, wie kann dir das nicht auffallen? Oh, ha. Der war gut. Sie haben eine tolle Vorstellungskraft, mein Freund. Da könnten Sie einen scheiß Film draus machen aus der Geschichte. Okay. Was auch immer. Oder ein Schussgame. Ähm. Ja. Ich muss mal los. Na denn. Ich bin jetzt Player. Ich weiß, was eine Persönlichkeitsstörung ist. Das ist Berufskrankheit. Ja. Nochmal anfassen. Hi, Alan. Mit dir wieder? Oder was? Da bin ich wieder. Großartig. Geht das jetzt eine Stunde lang so? Ähm. Was wirst du dem Doc erzählen? Na ja. Ich werde über meine psychischen Probleme mit ihm reden. Und ihm sagen, dass wenn er mir nicht hilft, ich das ganze Gebäude in die Luft jagen werde. Alan! Gut. Das will ich auch. Schön. Ich hätte ja echt gern die Leiche von dem Alien gesehen. Willst du das immer noch? Was? Du weißt schon. Willst du das Reptil immer noch sehen? Ich dachte, du wärst die Leiche losgeworden. Stimmt. Aber. Was, wenn ich ein Foto mit meinem Handy gemacht hätte? Wer wärst du denn ein Foto gemacht? Du mein abgeschlachtete Aliens-Album. Au. Verdammt. Du machst Fotos von den Leichen? Immer. Ich muss das meinen Freunden auf everythingisalienletskillthemall.org doch auch beweisen können. Sag mir bitte, dass du auch mit auf dem Foto bist. Na klar. Sonst würde mir doch keiner glauben, dass ich die Aliens umgelegt habe. Was sind die? Verfeierst Foto. Gib her. Alles klar. Bin dann mal weg. Folge immer deinem Herz. Schnauze. Alan! Das muss doch irgendwann wehtun. Hey. Hey. Ach, scheiße, Mann. Es kommt mir so vor, als wären Sie in der letzten Zeit der Einzige, mit dem man reden kann. Was für ein schöner Tag, hm? Ja. Wunderschön. Hoffen wir mal, dass kein Arschloch vorbeikommt und ihn verdirbt. So sieht's aus. Es ist fast schon Regenzeit. Ja, aber das Wetter so in letzter Zeit war schon idyllisch, oder? Naja, ich hab's lieber gelter, wissen Sie. Wenn man sich in sein warmes Bett kuscheln kann, die Decke bis oben hochgezogen und... Genug, es reicht. Gott. Schluss mit der albernen Scharade. Was zur Hölle ist Ihr Problem? Ach, nur, dass mir das Wetter und Decken scheißegal sind. Ich wollte nur Dein Vertrauen gewinnen, aber so geht das nicht. Sieh Dich doch mal an! Ich kann mit jemandem, der so angezogen ist, nicht über das Wetter reden. Es widerstrebt meiner Natur. Tut mir leid. Es tut Ihnen leid. Ja, pass auf. Reden wir über was anderes, okay? Über was anderes reden? Fahren Sie zur Hölle! Und da sagen die, ich wäre verrückt. Äh, nein. Aber mal im Ernst. Ein toller Tag, oder? Hauen Sie schon ab. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Ähm. Ich will dir mal was zeigen. Was zeigen? M-m. Ein paar Fotos. Nein, nein, danke. Komm schon, Robert. Ich klau dir den Telefon schon nicht. Ich will dir nur was zeigen. Ich bin nicht so der Fan von Handys. Meins hat nicht mal Internet. Ich benutze das nur, um zu telefonieren. Und um Frutus zu machen. Von daher. Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur so alt, dass du nicht willst, dass andere Leute es sehen. Ah, ah. Das ist nicht wahr. Mir ist egal, was andere Leute denken. Das sollten sie mittlerweile wissen. Würde ich sonst sowas ansehen? Na schön. Gut. Dann zeig's mir eben nicht. Es ist nur... Ich weiß wirklich nicht, was das hier so ist. Ich wollte nur sehen, ob du da Bilder von Columbus drin hast. Sie wollen mir also helfen, ihn zu finden? Ah, schätze schon. Ich habe tausende Flyer in der Nachbarschaft verteilt. Ich habe sogar eine Belohnung ausgesetzt. Hast du denn Bilder von ihm auf deinem Handy? Ich benutze das Ding nicht zum Bildermachen, klar? Okay. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Äh. Ah. Ihr ist ja meins. Habe ich ganz vergessen. Ja, sicher. Wie auch immer. Das ist ein Handy. Kriegen wir wohl nicht. Aber vielleicht gibt uns Alan... ...Roberts Handy. Oh je. Alan! Fast geschafft. Nur noch ein bisschen. Hm, ich fähre dich mehr auf. Fast geschafft. Nur noch ein bisschen. Ähm. Alan! Stimmt. Jemanden, der so... Also müssen wir weiterhin mit... Alan! ...Roberts Leben. Out. Können wir hier nicht einfach rein? Geht nicht, ich bin... Pfff... Wollen wir jetzt hier auch an der Regeln? Nein, das ist... Scheiß auf. Gefährlich. No risk, no fun. So was will doch keiner. Auf der Games... Auf der Convention... ...wollte das jeder... Äh... ...tututum... ...tututum... ...tutum... ...tututum... ...tutum... ...haha... ...tututum... ...tutum... ...höl... ...kopfkratz! Das gebe ich nicht... ...tum irgendwas davon... ich will gar nicht erst ausprobieren ja menschen angeln steht doch schon in der bibel und er sagte ich mache euch zu menschenfischern ich will niemand vergiften jedenfalls nicht heute ja jetzt ist das niveau am boden jemanden der so rumläuft was ich jemanden also das wird von nix kann ich mir mal den telefon für eine sekunde leihen haben sie kein eigenes mein akku ist alle na gut wenn es ein notfall ist ist das wohl kein besonder lassen sie es halt heilen das wird wohl für sie keine ahnung wovon du redest nein 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 das handy gehört meiner schwester ich habe wohl das falsche jetzt gehen sie schon ran das ist ja peinlich okay erwischt und das gebe ich nicht gern zu schon gar nicht gegenüber jemand der so angezogen ist hallo sind sie mit ihrem gegenwärtigen anbieter guten tag menschlich abschauen also wenn ich fragen dein stylist sehr lustig manche leute wissen wahre eleganz einfach nicht zu schätzen ganz besonders du sie berühren sich auf dünnem eis mein freund nur spaß nur spaß kann ich mir mal ein telefon für eine sekunde leihen haben sie können lange bis es ich will dir mal was zeigen was sagt schon robert ich glaube ich bin nicht so da hat es denn eine kamera ja aber um ehrlich zu sein wenn ich bilder machen will nämlich lieber eine echte kamera sparen sie sich das ich werde ihnen sicher nicht mein scheiß telefon geben damit sie ein bild von ihrem arsch machen können oder sowas das wäre es dann mit plan b ja aber mal ernst ein toller tag oder bauen sie schon ab toller tag den ich hiermit verschwenden kann ich mir mal ein telefon für eine sekunde leihen haben sie kein eigenes hier ist ja meins habe ich ganz vergessen ja sicher wie auch immer können wir dem nicht eins darüber ziehen ich habe seit sieben jahren sich hält es ihnen ja wieder vielleicht macht es vielleicht macht es mir ja wieder zu senden das gebe ich nicht ohne ja gut ja dann wieso nicht mehr macht es gut oder wie auch immer ich packe zum schluss noch mal eine gabel und dann sehen wir uns einfach nächsten part wieder ist das lassen was gut sein hier ja in dem sinne moms das das am du Untertitelung des ZDF, 2020